So, hi und hallo mal wieder. Heute öffnen wir wieder ein Lego Tütchen und zwar von Lego Shima, eine limitierte Auflage. So sieht das Tütchen von vorne aus, so von hinten. Und wie die Figur jetzt aussieht, die limitierte, das schauen wir uns jetzt mal an. So sind nicht sehr viele Teile, wie ihr seht, eine Bauanleitung ist auch nicht drin. Aber wer die Figuren kennt, der weiß, wie sie zusammengesteckt werden. Ein lilaner Kopf ist natürlich auch ein bisschen merkwürdig. Nein, die waren falsch. Kommen erst die Viereckigen dran. Das sind ja die Halterung für die Flügel. So, umkommen sie. So, und das ist nun die limitierte Figur. Wie ihr seht, ein blauer, ein grauer Arm, ein lilaner Kopf, lilaner Maske. Ein blauer Fuß, ein blauer Fuß, ein grauer Fuß. Also, das war sie jetzt. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was in das limitierte Tütchen steckt. Wie die Figur aussieht und sage deshalb, wie immer, bis zum nächsten Mal, guckt hin und schaut zu.